Das Mysterium Probeschwung. Es gibt viele Golfer, die sagen, wenn sie einen Probeschwung machen, dann machen sie alles perfekt. Der Schwung ist rund, er fühlt sich rhythmisch an, alles ist gut. Und sobald sie zum Ball gehen, ist das wie abgerissen. Man macht genau das Gegenteil vom Probeschwung. Und jetzt ist das Conclusio, man sagt, ich mache keinen Probeschwung mehr. Und in diesem Video möchte ich mit dir diskutieren, ob das richtig ist oder nicht. Ich wollte dich darauf aufmerksam machen, dass mein Online-Kurs Pause Golf Essentials ab sofort verfügbar ist. Unten in der Beschreibung findest du nähere Informationen dazu. Bevor ich jetzt aber starte, möchte ich ganz gerne wissen, ob du einen Probeschwung machst. Bitte kommentiere und lass es mich wissen. Was rennt nun hier falsch beim Probeschwung? Warum ist der oft so anders wie der echte Schwung? Nun, du musst eines verstehen. Wenn wir zum Beispiel jetzt einen Probeschwung aufnehmen, gerade von Hobbygolfern, dann sehen wir immer wieder in Zeitlupe, wenn er hier schwingt, dass die Schlagfläche meilenweit nach rechts zeigt. Das heißt, wenn ein Hobbygolfer in der Regel eine Probeschwung macht, hat er überhaupt keine Intention, den Ball gerade zum Ziel zu schlagen. Da geht es, glaube ich, hier nur um das Schwunggefühl, um den Rhythmus, aber eben nicht, was unten im Treffmoment passieren soll. Mach das einmal, film dich einmal mit deiner Kamera im Slow-Modus und schau, was passiert. Schau, ob du auch offen bist. Würde mich auch interessieren. Auf alle Fälle, du musst verstehen, in einem Golfschwung muss man irgendwie die Schlagfläche wieder square bekommen. Das heißt, gerade zum Ziel oder in die Position, die man braucht, um den Ball dorthin zu schlagen, wo man es möchte. Diesen Impuls hat man eben meistens nicht und deswegen ist der Probeschwung oft sehr flüssig, sehr rund. Und wenn man dann im echten Schwung ist, hat man ja eigentlich keine Idee oder keinen Plan, wie man das bewerkstelligen soll. Man hat eben seine Schwungfehler, seine typischen. Und dann wird der Schwung eben eckig und man ist eigentlich im tatsächlichen Muster drinnen. Weiters ist es im Probeschwung ganz interessant. Wenn ich jetzt hier in der Luft zu einem Probeschwung hier mache, dann habe ich auch überhaupt keine Kontrolle darüber, wo ich den Boden treffe. Es könnte jetzt sein, dass der tiefste Punkt meines Schwunges jetzt hier gewesen ist, hier gewesen ist, also überall ist es möglich. Wenn ich aber einen Schlag mache, muss der tiefste Punkt aber richtig stimmen. Ich muss das Gras auf der richtigen Stelle treffen. Und bei einem Probeschwung ist das eigentlich für die meisten nicht so wichtig. Da geht es wie gesagt nur um die runde, schöne Bewegung und das wird nicht kontrolliert. Aber das ist etwas, was ja absolut wichtig ist. Ich musste den Boden unter dem Ball hier treffen. Der tiefste Punkt ist meistens ein paar Zentimeter links vom Ball, also Richtung Ziel. Und wenn man diese Intention nicht hat, dann passiert meistens auch kein guter Schlag. Da kann der Schwung so gut aussehen wie der von Rory McIlroy oder von Tiger Woods. Egal, du musst trotzdem die richtige Idee haben, den Ball zu schlagen. Und ja, wie gesagt, mit einem normalen Probeschwung passiert das nicht. Und deswegen funktioniert das dann meistens auch nicht, wenn du dann tatsächlich zum Ball hingehst. So, jetzt wirst du dich aber sicher fragen, warum machen das dann überhaupt die Pros? Warum machen die Probeschwünge? Gut, schauen wir uns mal ganz kurz Probeschwünge von Pros an. Wie oft hast du jemanden auf der PGA Tour gesehen, der hier steht und ungefähr einen Probeschwung macht, der so aussieht? Also, ich spiele schon sehr lange Golf, habe auch sehr viel Profigolf gespielt und auch viel mit Profigolfern gearbeitet. Und ich habe das eigentlich noch nie gesehen. Ich sehe immer nur in der Vorbereitung vor dem Schlag hinter dem Ball, wenn die Pros hinter dem Ball stehen, dass sie hinter dem Ball solche kleinen Bewegungen machen, die ungefähr so ausschauen. Es sind nur kleine Segmente aus dem Golfschwung, keine vollen Bewegungen. Das hat mehrere Gründe. Erstens, würden Sie jedes Mal auf einer 18-Loch-Runde Vollgas durchziehen, dann würde man irgendwann einmal komplett müde sein. Und das Nächste ist, es bringt gar nichts. Es bringt dem Profi nichts, dass er sich jetzt selber beweist, wie schnell er schwingen kann. Viel wichtiger ist es, nach so einer langen Pause zwischen zwei Schlägen Folgendes zu machen. Erstens mal, der Probeschwung hat den Sinn, dass man sich ein wenig bewegt wieder, einfach sich ein klein wenig aufwärmt wieder, dass die Muskeln einfach wieder bereit sind, einen Schlag zu machen. Das ist der allererste Grund. Das Zweite, warum die Profis den Probeschwung überhaupt machen und da eben nur eine kleine Mini-Version davon ist, weil sie sich hier zuerst eben den Ballflug vorstellen. Ich kann zum Beispiel hier sagen, okay, hier ist eine Fahne und ich möchte jetzt den Ball von links nach rechts spielen. Ja, und der Profigolfer steht jetzt hier hinter dem Ball, ein paar Meter dahinter vielleicht sogar, und macht so kleine Bewegungen und fühlt, was er im Treffmoment eigentlich machen möchte. Er fühlt, was die Schlagfläche macht, er kann sich das richtig hier vorstellen. Die geht so durch, die geht nicht zu, die geht nicht super auf, die geht so durch. Er versucht ein klein wenig nach links zu schwingen, also ein klein wenig von außen nach innen, wenn er so einen kleinen Fet schlagen will. Er kann das richtig fühlen in den Händen, wie er das macht. Er fühlt das Tempo, wie er das macht, wie der Körper koordiniert ist. Und dann stellt er sich hin, ein letztes Mal vielleicht noch, und dann geht er tatsächlich hin zum Ball und schlägt den Ball und macht dieses Gefühl, was er hier gemacht hat, eben zur Wirklichkeit. Das heißt eben, der Probeschwung hat für diese Kaliber von Golfer nicht den Sinn, dass sie jetzt Vollgas durchziehen, sondern es soll etwas sein, was sie auf den Schlag vorbereitet. Und noch einen Grund hat der Probeschwung für die Profigolfer. Oft arbeiten die Profis auch in irgendwas, zum Beispiel irgendwas in ihrer Sequenz, dass die Arme früher kommen oder dass sie, keine Ahnung, früher mit dem Gewicht am linken Fuß sind oder irgend so etwas. Und wenn sie das quasi noch nicht gut können oder noch nicht gut machen, dann ist das etwas, was sie sich vor dem Schlag noch einmal ansteuern. Das heißt, sie stellen sich hin und versuchen vielleicht mit einer kleinen Bewegung noch einmal übertrieben, um das mal zu machen, zum Beispiel hier früh auf den linken Fuß zu gehen oder die Arme hier früher runter oder irgend sowas. Also egal, was der Schwunggedanke ist. Sie machen das oft etwas übertrieben, noch einmal um einen guten Impuls zu bekommen für das, was gleich passieren soll. Weil jetzt gleich beim Schlag nämlich, wollen sie nämlich nicht viele Schwunggedanken haben. Also die meisten Profigolfer haben meistens nur einen Schwunggedanken. Sie versuchen nur einen kleinen Schwunggedanken zu haben, aber sie haben viel mehr im Blickfeld, wie sie zum Ball kommen, also wo sie den Boden treffen, wie tief sie in den Boden reinkommen, wie die Schlagflächenstellung ist. Also sie werden eher so schauen, wie die Parameter sind quasi, um den Schlag auch auszuführen, wie sie wollen. Und ihr Schwunggedanke läuft so ein bisschen im Hinterkopf mit, so ein bisschen wie dieser rosa Elefant, an den du nicht denken sollst, wenn du weißt, was ich meine. Also er ist schon da, aber nicht vordergründig. Und eben vor dem Schlag kann man sich hier super, super drauf vorbereiten, auf einen Schlag langsam bedacht, ohne sich zu verletzen. Und das ist eben das, was man immer wieder bei den Profigolfern sieht, wie sie die ganze Sache angehen. So, was sollst du noch machen? Ich empfehle dir Folgendes. Ja, bitte mach Probeschwünge. Bitte mach aber keine vollen Probeschwünge. Bitte zieh nicht voll durch. Bitte konzentriere dich auf eine Sache, die du in deinem Golfschwung machen möchtest. Und wenn du am Platz bist, versuchst du diese eine Sache vor dem Schlag, hinter dem Ball hier, wenn du hier schon stehst, das umzusetzen, dir vorzustellen und dann eben hier kurz anzusteuern mit einer kleinen Bewegung. Kann sein, dass du so sagst, ich möchte mein rechtes Knie ein bisschen strecken. Ja, dann machst du zum Beispiel das so und fühlst es noch einmal ganz gut. Du musst ja nicht einmal durchschwingen. Oder du sagst zum Beispiel, ja, ich möchte zum Beispiel mein Gewicht früher nach links bekommen. Dann versuchst du das ein bisschen noch einmal zu fühlen. Ich brauche nicht einmal schwingen. Ich brauche es nur andeuten. Und das wäre für mich bereits ein Probeschwung. Und das solltest du auch machen. Dann versuchen, dir den Schlag vorzustellen. Auch beim Probeschwung vorstellen, wie der Schläger zum Ball kommt, wo du den Boden treffen möchtest. Du kannst da zum Beispiel auch eine kleine Probeschwung machen, wo du versuchst, den Boden ganz leicht zu bürsten. So hier, das macht überhaupt nichts. Vielleicht nicht gerade am Abschlag, aber am Fairway ist das hinten kein Problem. Solange du kein Tibot schlägst und den Ball mit dem Tibot berührst nachher. Also das gibt auch ein gutes Gefühl für den Radius, für den Abstand zum Ball. Und gerade wenn du dann zwischen Schläger wechselst, Eisen und Holz, kann das dir sehr, sehr helfen. Also ja, bitte mach Probeschwünge, probier es. Aber wie gesagt, so wie ich es dir gesagt habe. Und lass mich bitte wissen, ob es dir geholfen hat. Ich habe letztens ein sehr, sehr interessantes Video gedreht über die parametrische Akceleration. Also einen Weg, wie man mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit durch eine einfache Schwungidee bekommen kann. Hier oben kannst du dieses Video sehen. Bitte schau dir das als nächstes an. Und wir sehen uns gleich drüben. Tschüss.